Grüß Gott, mein Name ist Harald Gärtner von der Firma Nibel. Wir importieren die Hanemühle Inkjet-Fineart-Papiere für Österreich und ich darf euch das neue Produkt oder die beiden neuen Produkte der Hanemühle vorstellen. Das eine ist das Hemd, Hanffaser, das zweite ist das Agave-Papier, die gemeinsam mit der Bamboo-Sorte die Natural Line ergeben. Die Besonderheit bei diesen drei Fasern ist, dass diese sehr robusten Fasern im Anbau bei den Plantagen keine Pestizide benötigen und daher sehr gut in das Nachhaltigkeitsthema hineinpassen. Die Oberflächenstruktur dieser drei Papiersorten ist besonders fein und leicht strukturiert und unterstreicht bei den hochwertigen Feinart-Prints sehr schön die Tiefenwirkung und sehr feine Halbtöne. Die Hanemühle garantiert natürlich auch bei diesen zwei neuen Produkten die extrem hohe Haltbarkeit in Kombination mit pigmentierten Tinten, so wie sie derzeit am Markt angeboten werden. 150 Jahre und länger werden bei diversen Tests erreicht und erzielt. Wie ist die Anzahl der Fasernwirkung? Wie ist die Anzahl der Fasernwirkung? Wie ist die Anzahl der Fasernwirkung? Wie ist die Anzahl der Fasernwirkung?